hallo und danke ich spreche beruhig dazwischen ok hallo herzlich willkommen zu let's play anno 2070 mal wieder ja bald kommt anno 1800 raus und wir haben bock drauf und deswegen wollen wir die große küste da oben nehmen dann überlege ich gerade die große oder die hier unten naja ich sag mal so die hier unten ist glaube ich einfacher zu verteidigen aber da haben wir halt auch weniger platz für im zweifel eine wert nach oben mit mir dabei ist wieder der jan der beim letzten mal auch noch dabei war hallo ich hoffe den hört man jetzt auch richtig und ja wir haben paar siegbedingungen und zwar ein monument errichten 500.000 credits anholfen einwohner ansiedeln 5000 und besiege alle mitspieler in diesem sektor verbleibende spieler 22 ja anscheinend schon erzählt doch ok aber die kommt wahrscheinlich so lange bis wir den anderen typen platt gemacht haben ja ok soll ich mich wieder um die menschen kümmern ja kannst du machen ach du kacke ich wundere mal kurz ein ein wagen depot weil da wo wir hätten bauen können wäre nicht so viel platz gewesen ja das können wir dann nachher verwenden wobei wir spielen die texte dann lasst uns mal die bäume stehen äh die echoes ich muss nur vorsichtig sein weil ich will jetzt nicht unsere ganzen Materialien schon zu ballern die Produktion für weitere Steine steht schon aber wir brauchen ja auch noch Fijet und während wir gerade mal so gar nicht machen können wir ja unseren unser Karabudjan Alter was für Name einfach mal los schicken bisschen erkunden ich bin jetzt mal um ja bitte boah ey ich hab sogar gesehen dass man irgendwie auch die Insel nun benennen soll können soll aber das ist gerade kli-kli-kli aber nennst bitte kli-kli-kli-01 b b b b ja nicht gespeichert ok 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 wie viele können wir jetzt haben b 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 Neue Inselkoordinaten erpasst. Okay, Angriff von Kaito. Weiß nicht, wie hieß es nochmal, das ist für uns jetzt das größte Schlachtschiff, das wir bauen konnten? Jetzt für die Echos, das ist so ein kleiner Overcraft, also so ein kleines, wie heißt es jetzt noch schnell, Luftkissenboot. Ja, wie wäre es, wenn wir das dann Triumphator nennen? Okay, okay, dann kümmere ich mich mal gerade, bitte, kümmern wir uns, kümmere ich mich gerade mal um Tee. Also wir müssen uns auf jeden Fall auf eine große Schlacht vorbereiten. Aber das steht ja auch da. Ich glaube, umso schneller wir Munition produzieren, umso besser. Ja. Aber nur Munition wird uns kaum helfen, weil wir haben ja auch Einheitenlimits, das heißt wir müssen auch unsere Zivilisation voranbringen. Neue Inselkoordinaten erpasst. So, ich würde sagen, zwei Tee-Plantagen sollten erstmal reichen. Ja. Dann kümmere ich mich nämlich mal kurz. Die Insel hier, die wir gerade entdeckt haben, die sieht echt cool aus, aber drauf zu bauen ist bestimmt nev tötend. Naja, ich sag mal so, wir brauchen ja eh noch eine zweite, ne? Ja. Da können wir ja, naja gut, die können wir für, für Obst benutzen und für Gemüse, von daher, ist zwar schwierig, aber sollte machbar sein. Und für Gold, sollten wir jemals Gold brauchen. Oder Sand. So. 144 können wir jetzt. Okay. Okay. er wie ich meiner meinem bau meinem städtebau konzept immer noch treu geblieben bin aber ich mach das vollkommen unterbewusst das fällt einem gar nicht so auf ich brauchte ich dachte immer gleich irgendwann hat man sich einfach mal gedacht das passt so und dann hat auch immer funktioniert ich sehe da auch nicht den grund darin das zu ändern ja aber einige meinen ja immer so dass man ja nie was neues macht dann und dann denke ich mir immer so warum sollte man auch man will gewinnen naja so dass sie machen wir wieder was neues ja okay ja aber also die auf der insel kann man bestimmt sehr gut bauen ja super gut er hat aber neue geht auch gold ja und vor allem hat die auch um weit jetzt darf hier nur keine nuklearer Kieler abgestürzt sein ne die ist schon da auf der insel neben uns die beiden neben uns nach rechts die direkt und die unten in der ecke die beide haben eine gut die sollten wir nicht nehmen naja wir sind öko freundlich unsere aufgabe ist es zu schauen dass es bewohnbar wird eigentlich ja okay vielleicht könnten wir die unten rechts in der ecke nehmen wenn wir dieses kraftwerk erforscht haben also diesen natürlichen wasserspeicher ja hab ich mir ehrlich gesagt in arno noch nie gebaut ich auch nicht aber hey für alles gibt's ein erstes mal ja komm jetzt lass die vier leute einziehen meine fresse ich will doch nur diese diese konzerthalle bauen registriere festland registriere festland naja sie sagen es nur beklauen ist ne lass mich das bauen fuck so ja ehrlich ja ich würde in dieser stadt nicht wohnen wollen allein wegen den ganzen bäumen das würde ich nicht überleben ja gut das ist ein zumal ja es ist ja ja schnauze jetzt fängt schon wieder gut an naja unbekannt würde ich jetzt nicht sagen er hat sich uns doch gerade vorgestellt ja ähm wir sollten vielleicht unsere Werkzeugproduktion bauen so wissen wir noch nicht äh doch was äh doch hab ich gar nicht registriert hab ich gemerkt äh gibt es eine stelle wo Merrimen gleichzeitig so ist ähm ja rechts am fluss oder im in dem fluss wie man es nimmt ja bei so müssen wir zwei ja gut nimm die links am Berg mhm neuer hinterher neuer hinterher oder auch nicht ich bin so unfassbar gespannt auf das neue an ohne und ich freue mich da so unfassbar drauf die habe ich gar nicht gesehen uns fehlt exakt ein Werkzeug das ist problematisch ich kann uns noch holen warte im zweifel können wir ja noch nein ja kommen wir fahren mal zu diesem professor d wie leiden uns mal ein bisschen Werkzeug also ich finde wir haben schon wertvolle karten auf deckung gemacht oh oder wir fahren einfach zu ihr na wie viel hat sie denn so oh 35 ich nehme mal 10 mit das reicht uns erstmal ja wobei nimm nimm direkt mehr mit dann können wir direkt auch Leute aufsteigen lassen das ist leer ja weil dann muss ich nämlich nicht erst warten mit dem weiter bauen weil die brauchen wir jetzt auf der stufe nur oder dass die banane die und das ist immer da oder meistens wenn es die banane nicht ist ist es das es wobei das ist ja auch das trägt neben professor d wie ja ja ich sehe es auch gerade jetzt fehlt uns nur noch dieser dieser rufus irgendwas ding moment da ist eine insel einmal kurz aufdeckt und neu alter auf die hätten wir auch spiel können ich würde sagen einfach damit die insel sich weg genommen wird nehmen wir die gleich als nächstes ja die ist voll gut die ist voll rot und so kohle eisen kalt kupfer da können wir ja die text drauf bauen so werkzeug ist ja gut produktion ich muss ja baut einfach stück straße und vollkommen soll ich die leute jetzt noch auf rüsten lassen oder soll war jetzt erst die andere insel klauen lass sie mehr werden ok äh ok bist du das oder bin ich das kannst du das lesen ja 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Das Problem haben wir momentan häufiger. Kannst du beitreten wieder? Ähm, ich versuch sofort Einsatzkarte, wobei ich bin grad im Offline-Modus, das ist wahrscheinlich eher weniger. Verbindung, ja komm, verbinde dich wieder neu. Dankeschön. Ähm, nee. Okay, warte mal. Ähm, wie heißt es nochmal in Arno? Ähm, in Arno? Tobi tppp. Aber wir haben jetzt auch 22 Minuten erreicht. Ich würde sagen, dadurch, dass ich jetzt gleich wieder laden muss, wird die Folge was kürzer. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, gebt einen Daumen rauf, hinter das konstruktive Kritik. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal, haut rein. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.